ich denke mir gerade weil ich bin gerade am trinken ich denke mir gerade was ist ein tank schön warum schießt du auf mich schon wieder also ich muss sagen dass mir die katana sehr gefällt aber ich finde die axt nicht ein bisschen besser in der hand die katana besser also das katana da war ich besser hatte ich messen eine punktzahl sind wir doch alle zusammen ja ja hinter mir einfach mal durch mich durchgerannt fast schon wieder coach geschlagen ich will ihn auch immer schlagen das ist kein rassismus nicht weil er schwarz ist sondern weil er ein mann ist der ist auch so groß ich weiß nicht der steht auch immer im weg rum der ist jetzt irgendwie immer da ich weiß nicht und weil er mich immer abschließt hier atmet etwas sehr schwer und laut und gefährlich und ich glaube wir müssen nach oben ich bin kein Nein. Mann. Weder im Spiel noch außerhalb des Spiels. Das war die Rache, weil du den immer abknallst. Wo sind denn alle? Ach, da. Da. Wo ist er denn? Ich seh den mal so gar nicht, ne? Ich seh grad... Ah, ich seh was. Ich seh was. Und ich spür vor allem was. Nein. Oh Gott, nein. Ich bin halbtot. Wo? Ich seh dich gar nicht. Ja, ich mach das schon. Ach so. Da ist ein Kollege bei mir. Jetzt geht's mir wieder gut. So, ich bin da. Moment, ich muss mich verarzten. Ich hab grad einfach mal allen vorbeigeschlagen hab. Ziel auf die Zunge! Auf die Zunge! Zunge? Wo ist die Zunge? Zunge? Ja, der Kerl, der... Ach so, der da hinten wieder hier. Der Zunge. Der mit seinem Zungen-Spielchen. Niederlich sowas. Ich... Renn doch nicht weg, Mensch! Ach, das ist ja mit der Zunge. Heil! Smoker. Tot. Da ist ein Jockey. Ich hör ihn. Ich hör ihn doch. Runter von ihm! Na, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Eine nackte Anziehpuppe. Ich weiß Bitterstein! Das ist ausdruckweise hier. Kann ich nicht unterstützen. Die Rolltreppe runter. Okay. Erst hoch, dann runter, entscheide ich mal, Mann. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Zombies alle dasselbe tragen? Ja. Alle. Irgend mit diesem Mode dran folgen. Ja, stimmt. Wuch! Wieso rennt du von mir weg? Ach, der rennt. Ich bin am gucken, wo wir lang müssen. Wir sind nach unten gegangen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier unten auch irgendwo weiter. Ja, ich glaub da hinten. Was? Was ist los? Ich dachte, da wär was zwischen uns. Was? Nein, zwischen uns beiden ist nichts. Sorry, Shaya. Wir haben da so ne schöne Zeit durchgemacht. Ah, das nehme ich dir jetzt übel, ne? Du solltest sowas vielleicht nicht erwähnen, wenn wir gerade dabei sind. Zombies davonzulaufen. Nein, lass mich, nein, nein, ich komm nicht raus, ich komm nicht raus, ich sitz fest. Wo bist du denn? Ach, da. Ich bin jetzt, ich saß glaube ich am Tisch fest und jetzt schießen die Jungs auf mich. Ja, wenn du zweimal in die Luft schießt, sagt klar, dass du nachladen musst. Nein! Schocki. Nicht schocki, ähm ätzende Säurespucker. Ja, hi. Von hinten! Ich komme! Huch! We're running now. Oh. Ich bin tot. Oh nein. Ich werde gerade wiederbelebt. Okay. Ach, jetzt soll ich das Schmerzmittel nehmen? Ja, tut gut. Ja, tut gut. Lade nach! Ich müsste mal irgendwie gehalten, ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt hier unten, ich glaube hier unten müssen wir weiter, ne? Ich hab nix mehr zum heilen. Bist du noch bei mir? Da war irgendwo ein Gang. Moment, ich seh dich gar nicht. Bist du noch bei mir? Da, ja, da. Ich muss grad nachladen. Also da sollte nicht jetzt kommen, dieser Jockey. Nee. Da sind hier nur die Toiletten. Wär ja auch blöd. Da kommen wir ja auch nicht weiter. Ach, Toiletten helfen immer weiter. Runterspüren einfach. Ich glaub wir müssen hier durch. Nee, geht auch nicht. Die Zombies hier wollen mich kalt machen. Da kommen von hinten Zombies. Zombies wollen uns alle kalt machen. Wie wird dieser Mann immer so ich bezogen? Ja, also gut, hier müssen wir nicht weiter. Nee, ich glaub nicht. Oh, hi. Du schnitzelst dich schon durch. Da ist mir was übrig. Sollen wir denn vielleicht dann wieder nach oben? Das hatte ich echt nicht geplant. Ich weiß nicht, wir sind noch extra nach unten. Äh, heil mich mal schneller. Boah! Oh! 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 Danke. Ich seh' nichts. Ich seh' nichts. Aber umstand richtig zu sein? Wieso schießt der Mann auch nicht? Oh! Ich schieß' nicht auf dich, sehe ich Streuung. Oh! Kann mich jetzt mal bitte hier einer von euch beiden heilen. Danke. Du kommst. Der bummelt wieder in dir rum. Männerliebe untereinander. Ja, ja. Und jetzt schnurrt er auch noch, der Kerl. Oh! Stand direkt neben mir, hab ich gar nie gesehen. Äh, oh! Hier! Hier, 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 hier! Genau! Über die Tür! Über die Tür! So! Erstmal in den Zwischenraum. Erstmal gucken, ist hier was? Ich weiß nicht, ob ich den will. Nee, ich hab' doch mal ein schönes Schwert. Was soll ich mit dem Cricket-Schläger? True Story. Ah, da bist du. Ah, das ist... Können wir nichts machen, können wir nichts machen, also müssen wir da hinten lang wahrscheinlich. Ja. Ja. Im Moment ist der Weg ziemlich eindeutig, sonst würde ich mich verhindern. Ich wollte grad die Puppe hauen. Ich geh' mal ins Klo. Normalerweise müsste es doch auf Klos irgendwas geben. Nur die Männer sind jetzt mit mir aufs Klo gegangen. Oh, nein! Ich bin ätzend! Ich bin ätzend! Ah! Nein! Ich bin ätzend! Ich bin ätzend! Ah! Ich bin ätzend! So schön! Echt so schön! Ich bin ätzend! Also eigentlich... Also ich find' nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen! Oh, dankeschön! Was? Ich weiß gar nicht, wo... Oh, da! Raus aus dem Schleim! Ja, ich bin doch gar nicht im Schleim! Ich weiß nicht, wo du bist! Ach, da bist du! Und da bist du! Okay! Die kann ich gut gebrauchen! Munition! Attacke! Oh! 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 Da kommt was Großes! Oh nein! Deswegen stand da gerade, machen die sich für den Kampf bereit! Nein! Okay, gut. Der wurde in die Luft gejagt. Einfach rein! Nein! 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 Nicht sterben! Nicht sterben! Da kommt was Großes! Nein! Oh! Ich kämpfe! Ich versuche gerade den Alarm zu deaktivieren! Aber ich komme gar nicht durch! Entschuldigung! Wo ist der Alarm? Wo, 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 wo? Ach, nach oben! Nach oben! Nach oben? Wie kommen wir denn nach oben? Ich weiß es nicht! Andere Seite? Irgendwie Treppe? Ist denn das Dressape auf der anderen Seite? Ja, hier geht's hoch! Da hinten! Yo! Ich seh's! Ich bin da! Ich bin nur halbtot! Oh Gott! Ohne Furcht! Genau da drin! Einfach da rein! Huhuhuhuhuhu! Gebt mehr Deckung! Los, schnell! Der Alarm muss aus! Sei es in zwei! Scheiße! Zungen! Zungen! Fürbi an mich! Zungen! Fürbi an mich! Komm, ich komm, ich komm! Ich renn rein! Ich hab's ausgemacht! Huh! Und die muss mich heilen! Nein! Nein! Jetzt sind Matsch nicht! Jetzt sind Matsch nicht! Ich wollte mich doch nur... Oh Gott! Witsch, 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 witsch! Hier rein! Rein in die Haube! Wuhuhuhu! Wo stehst du denn? Genau neben dir! Folgt die uns denn? Ich weiß es nicht! Mal gucken gehen, ob die kommt? Ich glaub nicht! Nee, sie geht wieder weg! Warum? Ich würd' ja gerne echt mal interessieren, was passiert, ne? Ich glaub, da geht die Hölle los! Wir haben mal die Tür zugemacht. Gott, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder hier hoch, ne? Durch den Exit, würd' ich sagen. Hhhhh! Hhhhh! Nu! Uah! Bist du raus... Freizeik! Das ist so drinnen halten! Bist du da? Ich lebe noch! Ich bin kurz vorm Leben! Weißt du doch! Immer kurz vorm Leben! warte mal ist sie jetzt hier unten auch? ich höre irgendwas. warte. ganz vorsichtig. oder hören wir die nur? ich glaub wir hören die nur. die frau tut mir ja hier richtig leid, ehrlich gesagt. voll reingelaufen. entschuldige. ich bin tot. also sie hört sich noch so laut an, als wenn die direkt hier wäre. hier ist heilzeug. das brauchst du wahrscheinlich mehr als ich. dankeschön. da liegt halt noch ein verwandtkasten. ich hab zwar auch keinen, aber nimm du den dann. ach du bist aber nett. ach ich dachte du wärst ätzend, aber du bist total nett. schleim. also so schön fand ich das komplett jetzt auch nicht, jungs. wenn wir hier raus wollen, müssen wir wohl selber. da kommt was groß ist irgendwo. da kommt was groß ist irgendwo wegen dem schrei oder was? nein, er hat mich. okay, er ist aber direkt gestorben. ich fühl mich grad wie der king mit dem ding hier, ne. mit dem schwer. ja. das ist wirklich so. jetzt müssen wir wieder nach oben, aber wenn wir doch jetzt wieder nach oben gehen, dann treffen wir doch wieder auf die witch, oder nicht? ich weiß es nicht. es ist für mich so unklar, wo wir eigentlich sind gerade. aber schön, dass der zombie an mir vorbei rennt. ich glaube, wir müssen nach unten. weil hier ist auch ne treppe nach unten, entschuldigung. da ist auch ne treppe nach oben, ne. nur damit du es weißt. ja, aber hier sind zombies, ganz viele. und ich glaube, das ist dann richtig. nein! was ist? da kam doch gerade einer vor, um mich zu gerannt, während ich nachgeladen habe. ich glaube, das ist dieser kleine kriechende da, der so aussieht wie gollum. ich glaube, den habe ich noch gar nicht gesehen. ich glaube, das ist... ich sehe dich nicht. wo bist du? nenn mich nicht Schätzchen, hallo? zucker! auf die zucker! ich sehe dich. einfach mal ins schwarz, also voll ins nichts geschossen, weil da lauter blätter waren. hm. also hier unten geht es definitiv nicht weiter. hm. oh oh. ich höre ne witch. ich höre ne witch. oh oh. ich höre ne witch. ernsthaft jetzt. ich weiß nicht, ob du die nachrichten auch bekommst. deswegen wiederhole ich die eigentlich immer. nein! nein! zunge! ich mag das nicht. alles andere ist okay, aber die zunge? ne. also, da ziehe ich meine grenzen. ich glaube, wir müssen wieder nach oben. oder? kann sein. weil ich habe hier unten keinen weh gefunden. ja, aber wir waren ja gerade ganz oben. gollum! was? wo ist splitter? splitter? ist das splitter? ich glaube, ja. spuck. spuckfreund. angespuckt heute werden mag ich auch nicht. holte hoch. holte hoch. ok. hoch! nein, der killt dich nicht! nicht, wenn ich es erhindern kann. lass den scheiß! ich habe nicht auf dich geschossen. Nö, dann nicht. Nimm dein Medipack. Medipack? Wieso? Oh. Danke. Ach, du achtest da drauf, ehrlich. Du bist ein richtiger Schatz. Ich übersehe das die ganze Zeit. Ah, schön. Danke. Kein Thema. Wir müssen alle überleben. Ah, ich hab's hier. Da müssen wir wahrscheinlich durch. Ah. Ja. Und da kommt irgendwas Grünes. Großes Grünes von hinten. Nein. Mach die Tür zu. Mach doch die Tür. So läuft die Sache. Ist noch einer reingekommen. Oh, allgemeine Abwehr. Ich. Oh, ja. Gut. Diesmal hab ich auch voll abgelostet. Guck mal, Nick ist richtig gut, ey. Ja. Ah. Ah. Kein Feuer. Nicht letzter. Man muss Prioritäten setzen. Hä? Nur der beste Rennfahrer aller Zeiten. Rennfahrer? Vielleicht liest du mal ein Buch oder so. Ach, jetzt kommt das mit dem Auto. Hier Medipack. Der ist der Stolz von Georgia. Wenn's biologisch möglich wäre, wird ich seine Kinder gebären. Ich hab's genommen, ja. Das hat er gerade von Kinder gebären erzählt. Irgendeiner hat da gerade was von Kinder gebären. Ähm. Genau. Es geht nicht mit mir. Es geht jetzt gleich darum, dass da ein Auto steht. Das können wir zur Flucht benutzen. Das steht ganz unten. Aber der Tank ist leer. Und überall, ich glaub auf zwei Etagen über uns sind Tankkanister versteckt, die roten. Okay. Und die müssen wir dann einsammeln und zum Auto bringen und das Auto tanken, damit wir abhauen können. So. Ich, ähm, hab das, ähm, mit dem Jay damals so gemacht, dass wir, äh, am besten, dass einer nach oben geht und die Tanks einsammelt. Mhm. Ähm, und die, äh, oder wir gehen beide nach oben, aber wie, dass wir die nicht runterbringen jedes Mal, sondern dass wir die einfach nach unten werfen. Wie kann man dann werfen? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber wenn, vielleicht, wenn du das Ding in der Hand hast, vielleicht erscheiterst du, also auf jeden Fall, dass wir die dann vielleicht nach unten so übers Geländer werfen, weißt du? Mhm. Dann müssten wir, dann müssen wir nicht immer hoch und runter laufen. Also in zwei verschiedenen Stockwerken aber, nicht im selben. Ja, halt, genau. Zum Beispiel du gehst ins Erste, ich geh ins Zweite oder sonst was. Okay. Okay. Man sollte auch aufmachen. Ich hab gedacht, das reicht. Gehen wir. Ähm, okay, das hab ich nicht kommen sehen. Was passiert? Ich hab den Feuerlöscher aufgestrengt und dann kam da was raus. Okay, nach oben. Ja, da unten ist das Auto, genau. Müssen wir das erst trickern? Ja, genau. Wir müssen jetzt erst hier, ich glaub, mit dem Faschen runter. Oder wir müssen... Ja. Achja, wer... Naja, wenn das letzte Sonne auch noch kommen würde. Luisa denn der Nickmensch. Schätzchen, jetzt mach's noch mal ein bisschen schneller. Mir fällt da was ein. So, genau. Sie müssen das Auto mit Benzin betanken. Überall die roten Dinger sind die Benzin-Kanister, glaub ich. Ach. 13 Stück brauchen wir. 13? Aber die tanken die Autos für so ne Show auf. Also müssen wir Benzin besorgen. Boah, da hat... Sollt mir die angezeigt werden? Weil ich seh nichts von roten Kanistern. Also da im Auto ist zumindest einer. Siehst du den? Okay. Ja, ja, den seh ich. Den... Können wir denn hier raus? Nö. Haben Kanister? Ja, dann bring ihn zum Auto! Ich lauf dir hinterher. Ich lauf dir hinterher. Ja, ich bin im Auto. Ich bin im Auto. Mach doch irgendwas. Mach doch! Ach, ich muss einfüllen auch noch. Oh, helfe. Ich geh auch suchen. Ich geh nach oben. Das... Das Ding ist immer noch auf ihm. Ich geh nach oben. Ich geh nach oben. Ähm. Ich bleib erstmal unten, ja? Einer... Ah, weiß leuchten. So, einer wird... Da oben sind zwei. Einer... Einer wird mich ja wohl... beschützen. So. Ich seh da hinten welche. Gut, ich seh da hinten... Kann ich die jetzt wer... Kann ich den jetzt werfen? Ähm... Ah, nee... Ach, nee. AAH! Sch Prinz! Kann die halt auch... Nein! Oder ist die jemanden bei dir, der helft? Oder... Nein! Oh Gott. Ich weiß auch grad nicht, wo du bist. Geht's? Nee, sch-t, weiß es nicht. Ja, ich hol... Ah, nicht schon wieder, mein Gott. Oh mein, okay. Okay, man kann die definitiv nicht nach unten werfen. Also ich weiß zumindest nicht, wie's gehen soll. Okay. Da bist du, ich seh dich. Ich komm, ich helf dir. So, ich hab einen, ich hab einen, ich komm nach unten, ich komm nach unten. Ich bin grad an dir vorbei gerannt. Ich hol den anderen, der hier oben noch auf dem Stockwerk legt. Hast du Tabletten? Okay. Du sollst Kanister nehmen und nicht Tabletten. Wie die Jungs auch nur bei mir bleiben, beide. Ich hab keine Ahnung, aber ich find das auch nicht in Ordnung. Ich bin durch Plastik gefallen. Ähm. Okay. So. Ähm. Ah! Nein! Nein! Ich will doch nur runter. Wo ist der Weg nach unten? Ich werde sterben. Nein! Noch mehr Zombies. Ich bin tot. Oh nein! Nein! Ich find den Weg nach unten, echt. Ja. Ich werde springen jetzt einfach. Hä? Hat mir alles gebrochen. Hilfe! Jungs! Nein! Jungs! Ah! Bin getroffen! Hilfe! Oh mein Gott! Ich kann noch schießen. Ich fliege, aber ich kann schießen. Ich weiß noch nicht, ob ich Schaden mach mit dem Ding. Nehm doch die andere Waffe! Ich glaub wir müssen das nochmal machen. Ich mach keinen Schaden mehr. Der ist so weit weg, oder wie? Wo ist denn der Coach? Wann macht er nichts? Der liegt neben mir. Okay, dann müssen wir das jetzt anders machen, dann müssen wir jetzt zusammenbleiben. Einer trägt den Kanister, einer schützt den anderen. Jimmy Gibbs, den kenne ich, seine Autorennen sind legendär. Dann müssen wir das so machen. Du gehst mir auf die Nerven, Nick. Bist du bereit? Warte mal, wer trägt, wer kämpft? Der sieht wie ein Arsch aus. Okay, gut. Mir ist es egal. Derjenige, der als erstes da ist, schnappt sich den und dann fährt los. Die machen mir nicht sterben. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Kommt ihr, Jungs? Ah, jetzt konzentriert. Möge sich jetzt bitte äußern. Hab ne Idee. Wir suchen Jimmys Rennauto, tanken's auf und hauen sowas von ab. Who did this, Aya? Dankeschön. Das ist ja ein super Plan. Aber die tanken die Autos für so ne Show nie auf. Also müssen wir Benzin besorgen. 13 Kanister ist halt auch extrem. Ich würd sagen, wir sch- äh, ja. Hier unten liegen direkt welche. Los. Dann ab zum Auto. Ich begleite dich. Ja. So. Einer. Wo bist du? Ah, da. Ich lauf dir hinterher. Splitter! Tot. Smoker, tot. Nächster. Ah! Huma! Geh weg! Ich wurde gerade voll gekotzt, aber ich versuche dir zu folgen. Wo bist du? Ich bin im Auto wieder. Oh, das geht schnell. Ich hab auch einen. Ich hab auch einen. Ich hab auch einen. Gut. Aber ich komm nicht weit. Nein! Nicht nachladen. Lade doch nicht jetzt nach. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Gut. Lauf! Scheiße! Scheiße! Vorsicht! Da ist einer direkt hinter dir. Nope. Mach das mal nicht. Alles klar! Wir brauchen noch 10! Ich weiß nicht, wie hoch. Weiß. Weiß. Weiß ist da. Weiß markiert. Ich geh jetzt einfach. Ich geh jetzt grad. Wo? Wo? Wo bist du? Hier? Gegenüber vom Auto. Ich seh dich. Gegenüber vom Auto. Da, da, da. Hä? Ich weiß nicht, wo du bist! Nein! Ah, ich seh dich! Ich seh dich! Ich komm dir! Tot Hilfe! Ich bin höher. Ich bin hier. Ich bin oben bei dir. Vorsicht! Ich nehm einen. Ich nehm auch mal einen mit. Vorsichtshalber. Oh Gott. Jungs! Schützen uns! Jungs! Ich hab einen nach unten geworfen. Ah Gott. Ich komm! Schleim! Wo bist du? Könnte den Splitter! Am Auto! Einer liegt noch da an der Treppe. Da, der Gelbe hier. Ja. Ich hol. Ich bin da. Oder nicht? Nimm du, nimm du, nimm du, nimm du! Ich kümmere mich um den hier. Okay. Zumindest geht das einführen schnell. Nein! Jockey! 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 Nimm den da! Schiehst du nicht auf mich? Ich hab meine Katana, okay, nach oben wieder. Du bist fast hoch. Ja, ich werd grad geheilt. So, jetzt folge ich dir. Du kannst die... Du kannst sie nach unten werfen, wenn das Glas kaputt ist. Okay. So, okay. Mach ich! Wenn du mich weintest, mach ich! Okay. Der nächste, runter. Jetzt fliegen unten einige. Ja. Schlimmer leben wir das? Ja. Ich weiß es nicht. Ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen. Ich bin zum Auto auf dem Weg. Ja. Ich hab das Gefühl, dass irgendjemand mir hinterher rennt. Entschuldigung? Ja. Nein! Ich treffe nicht, ich treffe nicht, ich ist zu weit weg. Ich komm runter. Irgendwie. Ich komm zu dir. So. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Du kannst ruhig nach unten springen. Das macht nicht so viel Schaden. Ich bin eben runtergesprungen und dann war ich tot. Okay. Dann warst du doch zu hoch. Ich hab einen Kanister. Ich hab einen Boomer. Und einen Splitter. Wo ist Chaos? Coach ist fast tot. Nein, dich wollte ich nicht. Ja? Hört ihr? Ja! Ihr beschwert euch dauernd! Ihr schießt doch auf mich Leute! Ja? Moment. Wie ist die aufwechstehung, wo sie in Schlachthaus? Wo ist der andere Kanister? Oh, scheiße. Ich hab einen grad mit Norman gefüllt. Hier ist Boomer-Kotse. Ähm, ja, Coach stirbt gerade. Wo? Wo ist noch was? Ich schieß doch auf den Tank! Nein! Wir werden sterben! Heil mich! Vor allem, du bist auch tot. Nein, die wollte ich nicht nehmen! Nicht schon wieder sterben! Ich will nicht schon wieder sterben! Wie kann ich euch aufhelfen? Entschuldigung. Na los! Bewegt deinen Arsch! Wir haben mich echt platt gemacht! Oh fuck! Hey, ich helf dir! Warte! Ach gut, ich hab dir geholfen! Ich brauch Munition! Ich brauch Munition! Ich brauch Munition! Verpflückt! Na, wer ist der Duber? Ah fuck man! Wir werden sowas von sterben, Leute! Ihr seid schon fast alle wieder fast tot! Und es fehlen noch sechs Kanister! Ich hab noch eine Bombe! Und die werde ich benutzen! Bitte nicht auf uns! Okay, dann müssen wir wieder nach oben, ne? Ja! Ja! Scheiße! Heil dich! Wenn du dich heilen kannst, dann heil dich doch so! Ich kann mich nicht heilen! Nein! Nein, Coach! Ich hab mit Coach! Du hast einen Medipack in der Hand und mach dich damit! Oh fuck! Oh fuck! Nein! Nein! Ah, ich kann nichts machen! Ich kann nur schießen! Ich kann nur schießen! Ich kann nur schießen! Schießen! Oh Gott, was? Was hält ihr denn alle? Oh, wir sind so im Arsch, ne? Ich hab nen Kanister! Wo seid ihr? Ich hab nen Kanister und ich werf ihn nach unten! Nicht in meinen Schussfeld laufen, Coach! Ich atme gerade noch! Ja, jetzt heil dich endlich! Du kannst das jetzt schaffen! Los! Werf das jetzt nach unten! So! Wir beide! Wir müssen das jetzt reißen! Warum zur Hölle schießt doch! Ich hab zwei nach unten geworfen! Okay! Wo? Wo? Nein! Aua! Ich hab Schaden bekommen! Bring nen Kanister zum Auto! Wir müssen noch... Zwei hab ich nach unten geworfen! Wir müssen noch... Wir müssen jetzt noch... Wo bist du? Ja! Unten! Unten! Richtung Auto! Vorsicht! Hinter mir rennt was! Ich glaub, wenn ich dir jetzt helfe, sterbe ich! Wir müssen... Hab's schon gemacht! Komm mal nach ganz ganz oben! Ähm, ähm... Hier sind so viele Gegner! Ah! Fuck! Ich bin tot, Mensch! Nein! Nein! Ich kann dir jetzt nur noch aus dem Himmel zusehen! Danke! Los! Zerballer das Ding! Ups! Ähm! Zerballer das Ding! Gib alles! Ich weiß nicht, wo die Kanister sind! Die werden dir weiß... Die werden weiß hervorgehoben! Ja! Ganz oben! Ganz, ganz, ganz! Noch eine Etage höher! Wie komm ich höher? Ist da nicht noch eine Treppe höher? Äh... Da hinten! Nein! Ich kann leider nicht mehr... Kann ich nur dirigieren! Da hinten leuchten zum Beispiel zwei! Und die kannst du dann nach unten werfen, wenn du das Glas kaputt schießt, glaub... Es fehlen noch fünf! Nur fünf kann ich da! Ihr schafft das! Ihr schafft das! Genau, da sind erstmal noch zwei! Vorsicht! Jungs! Ihr müsst das rocken... Ich werde jetzt nicht runterfallen, lass mich durch! Nehmt, ich kann es da? Wir füllen unten, richtig! so zwei sind unten jetzt müsste ich da zwei sind auf der anderen seite wieder auf der anderen seite glaube ich aber nach nach oben du musst ganz nach oben links 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 waren die beiden kanister genau ja wir wollen doch sowieso noch mehr weil ich bin halt tot muss einmal angepickst werden und sterbe ich hab noch zwei leben ja das war's ich glaube die brauchen selber hilfe ja nick ist tot und nur noch coaches der rock das der rock das der hängt fest dass einer mit der zunge jetzt ist vorbei nein ich gebe nicht auf du hängt er denn was für ein kack ist das